Hi Leute, ähm, ja, ich hab mir mal wieder was von Ebay bestellt und es ist angekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, von was es ist. Ja, also ich... Öffniss mal. So. Hier drin. Oh. Oh! Ein Tengulist-Ex. Ein Ternopto-Ex. Was ist hier schon oben etwas kaputt? Was, wie man sehen kann. Einem egal, nix. An dem Vakuum kommen gleich direkt in meine Sammlung. Und, äh, ich mach jetzt auch noch einen Shred Banner ab. Okay. Okay. Aber wo ist mein Tengulist in meiner Läste-Ex? Also Tregs ist eigentlich nicht... Oder ist es ein Beinem. So. Wir haben jetzt ein Celebi-Ex, ein Banete-Ex, ein Gardevoir-Ex, ein Logok-Ex, ein Zapdos-Ex, ein Arctus-Ex, mitzeichnet dieses Kanuku, das Megani und das Temkodod, derペ tras pioneers haben für ein Kna très-C-Level X , oh, ents cert dehydries, ein Kna texts C-Level-X, non promo, D 21.62, Archeos-Level-X promu, Ay-카 Lady-Gilag Levelx non promo, Alke-Level-X non promo, Alke-iji-Level X non promo, Impollen-Level-X non promo, Logok-sb-Level-X non promo, und für eine NG Level X Non Promo so Blurad G Level X Promo Bakai Level X Promo Abdul G Level X Non Promo Reiche Level X Non Promo Leutig Level X Non Promo Lukal Level X Promo Mewtwo Level X Promo Cardro Level X Non Promo Geratina Level X Promo Geratina Level X Non Promo Geratina Level X Non Promo Geratina Level X Promo Geratina Level X Promo und Knackack C Level X Promo die habe ich gestern geschenkt bekommen so gut, kommen wir zu den weniger wertvollen, die ich jetzt nicht sagen Rosarion, Primus und Extra Primus da habe ich jetzt noch etwas wenig so dann von den Legenden aber erstmal hier die Ritterkarten halte nie die Antiken hier haben wir noch ein La Kake Sella Legende Oberteil ist aber beide in Englisch ähm ja Kake Sella Legende Oberteil und La Kake Sella Unterteil das heißt die habe ich komplett und hier ist noch ein O Legende Oberteil da fehlt mir unbedingt noch das Unterteil wer das fragt, das sollte sich bei mir mit nun ja Leute äh ich hoffe das das hat euch gefallen wie gesagt kommentieren, abonnieren, abonnieren und so weiter tschau